Jede Regierung ist ohne Amt und jeder Besitz ist ohne Wert. Wenn Sie das im Einzelnen definiert wollen, wissen wollen, dann heißt es, den Menschen die Maske herunterzureißen. Arschloch! Du bist so ein Arschloch! Hey, Loki! Leck mich doch am Arsch, Mensch! Wohin gehörst du Idiot? Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du! Ist das zu fassen, sowas? Ist das zu fassen? Komm, lass uns bleiben.